Okay, wir sind da. Wir haben ein bisschen Zeug. Vielleicht machen wir das wirklich mal kurz. Hä? Was war das? Das hatte ich doch schon. Das hatte ich alles schon. Was sollte das gerade? Wir wollen hier nur mal... Ja, schleichen können wir auch, aber tatsächlich, ich glaube, wirklich... Mit der Rüstung. Ähm, Ektir ist bereit. Das ist schon mal gut. Es ist früh am Morgen. Willst du mich verarschen? Willst du mich eigentlich verarschen? Nee, wisst ihr was? Deckt mich. Das mache ich jetzt nicht mit. Ich bin ungeschützt. Schön. Tschüss. Ich verzog mich in die Ebene. Ihr habt doch jetzt keinen Bock auf einen Raid. Ich will doch hier gerade meine Sachen holen. Geht doch nicht. Geht doch nicht. Geht doch nicht. Da ist unser Boot. Oh, hi. Sag jetzt nicht, die Bosse sind auch umgezogen. Händler... Oh. Ich hörte, dass ein Händler in einem... Äh, dass eine Händlerin in einem Gebiet gesichtet wurde. Dass ihm diesen ähnelt. Oh, es gibt einen neuen Händler. Sie ist zwar eine merkwürdige Gestalt, könnte aber ganz besondere Waren zum Verkauf bereithalten. Man munkelt jedoch, dass ihre Lagerbestände geplundert wurden. Wir könnten deine Hälfte in der Hand gebrauchen und du machst inzwischen einen recht fähigen Eindruck. Danke. Von wegen. Nicht unfähig. Das glaubst du doch selber nicht. So. Echt hier. Ich brauch deine Hilfe. Hätte ja gehofft, dass wir jetzt dadurch ein bisschen noch einen Ticken schneller werden, wie sonst immer. Aber offensichtlich verbrauchen wir einfach nur weniger Ausdauer. Ich hab jetzt keine Waffen bei, ne? Das heißt also, wenn wir jetzt irgendeiner Mücke begegnen, dann haben wir ein Problem. Ähm. Aber wir sind hier schon richtig, ne? Ja. Ist der immer noch da hinten irgendwo? Ich seh halt nix. Wo ist der Gegner? Oder muss ich hier rüber? Da ist er. Das heißt, mein Grab ist auch irgendwo da. Ja, da hinten ich seh's leuchten. Oh Gott, nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Mal gucken. Vielleicht haben wir hier noch mehr Gräber. Ich weiß es grad nicht mehr. Ich bin letztes Mal so oft gestorben. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, was wir hier ja noch alles haben. Da hinten ist irgendwas. Was auch immer es ist, wir nehmen's. Wir greifen jetzt einfach alles, was wir kriegen. Okay? Machen wir doch so. Okay, wir sind schon wieder außerhalb des Kampfgebiets. Das ist schön. Hallo. Was hatten wir denn hier drin? Rüstung. Gute, bessere Rüstung. So. Da muss zum Beispiel der Umhang repariert werden. Okay. Okay. Das heißt, den haben wir. Ich glaub, die beiden können wir auch löschen. Ich glaub, ich hab da von denen keine mehr gesehen. Ich hab keine Waffen. Ich hab keine Waffen. Ich hab keine Waffen. Ich hab keine Waffen. Lass mich in Frieden. Irgendwo stößt hier auch noch ein Boot rum. Nein. Pui. 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 Wo ist das andere Grab? Da hinten. Das ist gerade irgendwie erstaunlich leichter als gedacht. Okay, das Jagdlot wieder. Bitte mich nicht angreifen, Loxi. Bitte nicht angreifen. Ich will hier nur mein Zeug. Ich will nur mein Zeug. Ich will nur mein Zeug. So. Das hätten wir. Können wir irgendwas stapeln? Das können wir stapeln. Das kann raus. Das kann raus. Das kann raus. Ich... Ich wollte mehr nehmen. Ah. No. Okay. Wir gehen nach Hause. Wir gehen. Tschüss. Ich hab jetzt mein Zeug. Ich will... Vielen Dank Jennifer für dein Follow. Ah. Okay. Wir haben... Wir haben ein bisschen Zeug. Das ist gut. Und vor allem die guten Bögen. Der Rest ist mir egal. Nein. Nein. Pui. 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 Nimm die da nicht mich. Okay. Jagdlot ist aus der Reichweite. Der Lox rennt mir noch nach. Ich bringe Nachrichten schon wieder. Ich kann grad nicht. Ich kann grad nicht. Huyin. Ich kann grad nicht. Ja Huyin. Spät da. Bitte. Kann grad nicht. Es tut mir leid. Du siehst doch, dass ich grad weglaufe. Meine Güte. Willkommen. Willkommen. Hallo. Ey. Okay. Mit dem komm ich klar. Hallo Huyin. Gerüchten zufolge sind einige Händlerinnen und Händler in der zehnten Welt gelandet. Solltest du besondere Waren benötigen, dann solltest du sie aufsuchen. Einer von ihnen sollte sich irgendwo in einem Wald wie diesen befinden. Leider kann ich dir nicht mehr dazu sagen. Halt einfach weiter ausschau. Okay. Okay. Was bist du? Gepolsterter Brustpanzer. Au. Die blöden Mücken. Komm her du. Komm. Komm her Feigling. Geht doch. Äh. Ein paar Pfeile waren da noch drüben. Wir bringen das Zeug erstmal zurück. Erstmal zurück. Wie gesagt. Äh. Ja Glut. Mit dem werde ich mich jetzt noch nicht befassen. Wir holen erstmal einfach nur unsere Sachen zurück. Soweit wie es geht. Wir reparieren alles was wir haben und was wir noch gebrauchen können. Habe ich Pfeile? Ich habe bestimmt keine Pfeile, ne? Ne. Oh mein ich. Man könnte jetzt hier so super auf Vogeljagd gehen. Verdammt. Ich hätte die Holzpfeile mitnehmen sollen. Ah ja. Was haben wir noch so? Äh. Ja bisschen was zu essen. Das ist gut. Das hier brennt grad nicht. Warum? Wir haben das Portal. Das ist gut. Normales Holz dabei. Ja aber nicht genug. Okay. Das macht nichts. Oh. Ich meine Hause. Ach ja hier war ja noch was. Was? Ja sollen die mal machen da draußen. Das ist mir egal. Die kommen hier nicht rein. Hoffe ich. Und die Zwiebel sind fertig. Oh wir können uns ja mal ein paar Wolfsspießchen machen. Klingt so als würden die hier die ganze Zeit gegen die Tür hämmern. Ja sie hämmern gegen die Tür. Okay. Wow. Was bist du für einer? Wow. Ausdauer ist halt schlecht. Und ich habe keine Ausdauer in Dauertränke mehr gehabt. Das war's. Das war das Problem. Huch. Ja macht mal. Anzige Überreste. dass er die Kinder da hoch behalten können. Ah. Das schöne ist. Man kloppt da einfach in die Massen rein. Ja irgendwas erwischt man immer. Die ganzen Spilettbogenschützen nerven ein bisschen. So. Einer ist weg. Einer ist weg. Noch einer weg. Schade, dass es nicht so wie in Minecraft ist, dass sie auch Pfeile fallen lassen. Das wäre schön. Dann hätte ich jetzt ganz viele. Aber gut. Der Lette sind abgewehrt. Das haben wir wieder sehr viele Knochenfragmente. Mal gucken was wir damit anstellen. Im Zweifel verkohlen wir sie wieder. Aber vorerst sammeln. Aber die Schädel können wir. Die können wir. Wie können wir hier rein tun? Das ist kein Problem. Von denen haben wir mehr als genug. So. Es ist auf jeden Fall schön, dass ich meine Sachen wieder habe. Soweit wie es ging. Da freue ich mich. Eile werden wir noch ganz viele herstellen müssen. Aber was kriegen wir hin? Mal schauen. Was noch? Die lassen wir alles einfach nur reparieren. Ein bisschen was kochen können wir nachher noch. Die Rüstung können wir wieder einmodden. Genauso wie das Ding. Was ist der Brustbrenzel? Okay. Ich habe noch nicht die beste Rüstung zurück. Aber macht nichts. Das kriegen wir auch noch hin. Wir rennen vielleicht gleich einfach nochmal los. Wir rennen gleich einfach nochmal los. Holen uns den Rest noch. Oh, sehr schön. Mal wieder repariert. Mal wieder reparieren. 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 Alles gefixt. Gar kein Problem. Also wie es aussieht ist das hier. Eine gute Rüstung. Mal kurz gucken. 20. 26. Oh, halt. Anni, das sind genau die Bauchdinger. Die Helme. Das ist Eisen. Eisen. Wolf. Okay. Und das ist die Panzer. Das ist schon die bessere. Dann haben wir noch ein paar Sachen noch drüben in der Ebene rumzulegen. Gut. Gut, 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 gut. Gut, gut, gut. Gut. Gut, gut, gut. Das ist auch okay. Hier war meine Bronze. das war dann hier und wolfs kram oder hier glaube ich ich bin mir gar nicht sicher für ausdauertränke brauchten wir was noch mit ihrer ausdauer honig moltebeeren gerbe pilze die moltebeeren denn wahrscheinlich das problem da haben wir nicht mehr so viele genau ohne ich kein problem und und gäbe pilze sowieso nicht okay wie wenn man noch nicht wahrscheinlich kürze ich guck mal kurz war als spieß 65 aber man machen so zehn stück das muss erst mal reichen warte wovon haben wir noch samen wofür nicht okay war ja gut okay wir haben 24 davon 12 davon 18 dörfer machen wir zwölf von jedem dann haben wir wieder von allem die sind zu dicht da wird eine kaputt gehen schade so haben wir doch sehr gut welche von denen die dabei benötigt mehr platz ok der spannende macht weiß noch noch ein bisschen wird wenn man sie ein bisschen aus lernen wieder ja schön war halt es rüben eintopf aber immer mal machen und zwiebelsuppe leckerchen zwiebelsuppe der rüben hallo mr bale how are you today good morning videos got some stuff back also honig kein problem what's this empty chat well lots of lurkers and that's fine lurking is allowed so yeah sometimes it's just like that you know ich muss hier mal das ganze zeit wieder ausräumen irgendwann haben wir zwei hämmer hier drin erwarten genau spitzhacke wir haben eine neue spitzhacke recover all your arrows i don't have much arrows left so no but i recovered some of my stuff so yeah re-recovered some stuff which is good at least part of it not everything because it's this is still running wild yeah we will get there we will get there okay wir hatten eine neue spitzhacke we have a new pickaxe somewhere where is it wo sie da ist ich brauche mehr davon okay okay wir brauchen mehr davon gar kein problem gar kein problem 12 davon nochmal 40 ja und dann ich trage zu viel 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 ich weiß gar nicht warum wir haben doch gar nicht im inventar ich trage zu viel ich trage zu viel jetzt nicht mehr wir werden wir werden eine große wall oh wo wir werden diese wall jetzt in welchem Land willst du es auslösen oder wird es dein eigenes Land 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 ich meine okay walls kann be very helpful und wir machen Jagdloth pay for it oh stimmt ah I totally forgot about the tactics we discussed on Monday I was just sleep deprived of I forgot everything except that I died a lot ok so dann haben wir das auch very good very good das klingt doch gut ab so gut ich werde mal ein bisschen holz noch verfeuern wir werden noch ganz viel kohle brauchen hat schon jetzt fehlen jetzt mit der fakten warum trage ich zu viel wie ist das so überhaupt nicht und willst du mir denn erzählen zwei steine jetzt zu viel sind immer was ja gut das zieht auch ordentlich Gewicht ups mau entschuldigung excuse me my cat is talking was los so so too bad oh I bet the cat is talking my cat is very brave he killed the spider a few days ago I guess I found the legs today wenn wir das lassen vertragen ach ja wer könnte das nicht so wo kommt diese Masse an 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 today i saw a video about a cat that meowed it's it sounded like a kid was meowing like like really a toddler would be uh yeah pretending to be a cat and it's so weird das haben wir uns auch mal rein hams 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 ok immer eine runde pennen erstmal dann schmilzt alles über nacht das ist schon mal gut wir können ja dann den alten händler mal besuchen vielleicht ist er ja noch da und ansonsten haben wir jetzt so ja ordentlich händler die man ich bin das ja vielleicht nicht mehr jetzt nicht vielleicht können wir heute dann auf händler suche gehen der stream läuft eine halbe stunde mein tee ist gleich alle das ist nicht gut hallo der smuffy wie geht's wie war deine woche bisher ja heiltränke brauchen wir auch noch irgendwas war da alles eingesammelt die anderen öfen können wir ja auch gleich noch befeuern das ist ja auch ganz ganz gut so aber hier war noch kohle rein jetzt genug wir waren heute kurz mal ja gut besuchen ich wollte nur ein bisschen zeug zurückholen von dem was wir bei ihm dann haben liegen lassen wir wollten wir sollten ihm ja nicht alles da wir sollten ihm schon nicht unbedingt die landschaft verwüsten mit unserem ganzen weg den wir da haben das kann jetzt natürlich auch nicht funktionieren weil mir jetzt noch die anderen dinger wieder fehlen so auch meine auch bisher ja heute morgen ein paar extremitäten in meiner badewanne gefunden meine katzen die haben wohl ein paar spinnen licht dann lagen heute ein paar spinnenbeine rum als ich liebe mich haare waschen wollte noch nie so haben wir noch irgendwas wasser einschmelzen können theoretisch schon eisen weil ich jetzt jetzt erstmal gerne die spitzhacke bitteschön sehr cool aber noch mehr schwarz metall ja nichts das wird teuer das ist so teuer also ist so teuer mir nicht geheuer ja also teuer soll das hier erstmal machen wir können erst mal während das hier alles einschmilzt in die ebenen gehen und erst mal moltebären holen wenn wir mehr tränke machen können unter anderem oder haben wir jetzt noch heiltränke irgendwas ist ist auch in den ebenen noch beim jahr gut wie gesagt wir haben noch nicht alles geholt wir haben nicht für alles platz gehabt ja wir brauchen dringend mehr heilt er mir noch blutsäcke wir haben einen er hilft uns nicht viel kann ein bisschen helfen aber nicht allzu viel wir müssen auf jeden fall noch mal in die sümpfe mehr blutsäcke holen eine güte mit sie ist was denn los heute nur aufgedreht ok beide können wir mal drinnen lassen nur von dem fall dass wir wieder ein paar vögel finden dann würde ich sagen die man hier mal einfach heute mal ein bisschen materialien sammeln ein paar hinbeeren wedern heute bären in seiner westlichen stuff Oh, falsche Axt. Wir müssen ja auch aufpassen, dass wir hier uns irgendwie mal die Himbeeren weghacken. Das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja schließlich davon essen. So, wenn wir die schon hier in der Nähe haben, möchte man das ausnutzen. Gebe ich noch Zeug um? Okay. Ich glaube, hier um die Dinger müssen wir mal die Bäume weghacken. Ich finde die immer nicht. Die sieht man ja kaum. Okay. Mehr Himbeeren. Oh, war ich das? Oh, Grauzwergischer Mahnentropäle. Okay. Können wir zur Kohle verarbeiten, ist auch kein Problem. Können wir noch ein paar Himbeeren. So. Und unsere Wildschweinebene müssen wir auch noch mal machen. fragt mich nicht, wem die... You wonder? What do you wonder? Evil wonder? Wonder Woman? Oh. Oh. I wonder too. I forgot whose house this was. Whose house? Run's house. I said who's house. I said who's house. Run's house. Say what? I know. Can you yogurt spitfire upwards? What? Oh, just straight ahead. What? Yogurt? Hi. Hi. Exophores. Hi. Mr. Barlow. What are you talking about? Hi. 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 This is a meteorite that is throwing around. Oh, I don't know if that would be a good idea to be upwards. Ah, Exophores, wie geht's dir so? Hab eigentlich alles gut? Wir sind hier noch ein bisschen in den Vorbereitungen. Ich habe schon mehrfach gegen Jagdlut verloren und bin jetzt noch ein bisschen an Materialien sammeln, damit wir wieder gegen den Anticke angehen können. Das heißt, Tränke brauen, Materialien sammeln, kochen. Ein paar mal in die Frostebenen. Wir brauchen Pfeile. Und den Frostner. Ich brauche unbedingt den Frostner. Den wollten wir mal ausprobieren bei dem. Okay, das war's. Alles an ruhig. Sehr cool. Es wird schon. Oh, das hoffe ich auch. Hat lange genug gedauert, den zu finden. Weißt du, jetzt dauert es mir auch wieder noch mal eine halbe Ewigkeit, den zu legen. Aber ja, mal gucke. Wir schaffen das schon. Es hat die Frage, wann. Wie lange versuchen wir den schon zu legen? Hab's vergessen. Okay. So. Noch mal 20. Noch mal 40. Wir wollten ja noch mal eine Silberader suchen in den Bergen, bevor wir dann das ganze Silber nach Hause bringen. So. Viel Spaß im Lerk und schön, dass du da bist. Wie langweilig wäre es denn, wenn alles immer sofort klappen würde. Das ist wahr. Und so habt ihr wenigstens was zu lachen, wenn ich immer schreiend durch die Ebenen renne. Wie langweilig wäre es denn, wenn du da bist, 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 wenn du da bist. Vielen Dank.